Hey und herzlich willkommen! Ich werde versuchen, wie es heilig bin, die nächsten sieben Tage täglich ein Video davon zu bringen. Und jetzt stellen wir mal direkt rein. Ich habe irgendwie Angst und nehme die Neuerung des Tages und ziehe jetzt meinen Puls. Ich hoffe, es gefällt dir. Das habe ich mir gedacht, bei Horrorspülen kann das schon witzig sein. Hey, wir haben einen Bolzenschneider. Das ist schon mal gut. Ich habe einen Puppe. Wie? Sie ist weg. Ja, jetzt hat es den Daddy geholt. Wow, das sind zwei Puppen. Oh mein Gott, da ist ja doch eine Tür. Ich schätze mal, wir werden die Tür einigen. Hallo Mia. Ah, dann geht es wegauf. Das ist schon mal gut. Bis jetzt gehen wir ja, ich würde gerne mal nicht im Keller sein. Mia? Oh mein Gott. Telefon. Ja, rufen wir mal die Bolizei, oder? Überall geht anscheinend. So. Das ist ein Gästehaus. Hey, wir haben eine Karte. Und was mache ich mit der Karte? Es gibt ein Untergeschoss. Mit der Zelle und Lagern und so weiter. Da sind wir gerade auf. Ja, Geist. Jetzt sind wir da beim Erdgeschoss außer. Da kommt jetzt ein Bad. Da gibt es einen ersten Obergeschoss. Da sind wir glaube ich am Anfang durch die Küche rauf. Und dann gibt es sogar noch ein Dachboden. Da kommt man auf, wenn man da oben rauf geht. Keine Ahnung, da vielleicht. Ah ja. Okay. Wir finden es noch immer die gleiche Aufgabe. Gut. Das ist Bad. Da ist kein Schlüssel drin. Die erste Hilfe hat es neu. Sehr cool. Noch einmal. Das klopft ordentlich. Wo klopft es? Oh, da ist es klopft. Wo klopft es? Hey, wo klopft es denn? Tom? Wo klopft es denn? Wo klopft es denn? Ich will jetzt noch mal runter gehen? Hä? Warum gehe ich so langsam? Oh mein Gott. Was ist mit ihr los? Oh mein Gott. Was ist mit ihr los? Oh leid der Kräfte. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott! Jetzt spür sie aus. Ich kann sie hören. Jetzt schaut es wieder normal aus. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Raus! Oh mein Gott. Lasst mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was ist los mit dir? Der hat einen Dämon oder was? Was zur Hölle bist du, Mia? Jetzt denk ich mir auch. Erste Hilfsniperin. Ah, dreimal. Das Messer durch die Hand. Ein bisschen höher. Ja, passt. Das hat gar nichts dazu. Ähm, wir lassen sie da liegen. Okay. Wie kommen wir da noch jemanden durch? Ähm. Hier? Oh mein Gott. Et du wieder? Das ist gut. Jetzt bringen wir unsere eigene Frau an. Oh fuck. Ich kann nie fortgehen. Oh wow. Ja. Ja, Mann. Minecraft Künstler. Es ist nicht so. Das ist nicht so. Ich kann jetzt nicht so. Nein, Mann. 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 Eww, die ist jetzt hin, oder? Eww, was? Gut, dass ich so viele Wau in letzter Zeit gespült habe, das wollte ich sagen. Kann ich gerade angerufen? Ja, das Telefon klingelt. Dann gehen wir zum Telefon, wenn das Telefon klingelt. Ich habe nur gerade meine Frau umgebracht, I guess. Meine Frau hat mich da gerade nur... ... und in einen eigenen Raum befördert oder sonst. Hallo. Du wirst echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh da hin. Jetzt! Ich muss zum Dachboden. Die Tür ist auch gar nicht weg. Sie ist weg. Sie ist weg! Ja. Überwachst, das ist schon mal cool. Okay. So. Ich will mir wieder das erste Hilfe-Kit geben. Ich gebe es mir mal schnell. So. Was ist da? Wenn die sagt. Geh mal auf den Dachboden. Geh mal auf den Dachboden. Hi. Ich schätze dieser Dachboden. Hä? Hast du gespeichern? Ja. Speichern wir. Das ist gut. Zum Dachboden gehen. Jaaaa. Wieder nicht schon richtig. Da ist ja die Leiter oder? Ach so, wir können die Tür überlassen. Ah jetzt schickt es. Was tut denn Dachboden? Ja, aber wir brauchen die Diode. Ja, ich schätze mal, wir müssen den Kühlschrank einmal aufsperren, und das wird wild, what the fuck. Sperren wir den einmal auf. Eben noch. Da ist jetzt der Diode drin, oder was? Ja, Sicherung, sag ich doch. Für das Stiegen. Hätte ich nicht die eine Sicherung nehmen können, und, ja gut. Das ganze Haus kennt einmal da Lichtzauben eigentlich, aber ja. War da nicht irgendwo noch ein Schlüssel? Ja. Geht das noch mal. Ja, da nicht. Ignorier mal die random Geräusche. Ach so. Wo waren die Sicherungskosten? Ah, der war im TV-Raum. True, true. Ich habe noch immer Blut. Ich glaube, ich muss mir den Erste Hilfe... Ding geben. ... oder? Ja, jetzt ist das Blut auf jeden Fall weg. Ich glaube, dass sie... Oh mein Gott! Ist okay. Ist okay, ich bin es. Ja. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Sie lebt. Ich habe sie einfach wieder. Das war verdammt wild! Oh mein Gott! Schon wieder in die Hand. Der nimmt den Schramm durch. Jetzt können wir wenigstens... Oh mein Gott. Sind wir im Knotus hier? Doe nach außen. Doe nach außen. Doe nach außen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich will ihn, oder? Ja. Werde aufgeregt. Ich verspreide. Ich muss uns alles... nicht dabei sein. Und jetzt? Ähm... Was macht man mit einer Hand? Man geht zum Motorrad, genau. Was macht man wirklich? Man tut Feuer drauf, aber ich hab nie so Feuer gesehen. Äh... Was mache ich mit meiner Hand? Können wir das jetzt nicht aufmachen mit unserem... Na? Ähm... Gehen wir die... Was? Ja, gehen wir zum Dach bauen, auch wenn die Hand brennt. Aber es brennt. Ich würde sie irgendwie mit dem Feuerzeug irgendwie... Aber ja. Wenn sie sagt, wir sollen zum Dach bauen gehen, gehen wir zum Dach bauen. Ähm... Ähm... Wir gehen zum Dach bauen. Hören... 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 Muition? Geil! M19 ist gelandet. Ok. Gut. Cool. Die erste Hilfe, das haben wir gebraucht. Ich habe aber nicht viel Schuss. Ja, ich kann meinen Medikit nicht verwenden. Der krabbelt schon wieder so viel. Wenn sie kommt, schießt es ab oder wie? Gut, mir nicht gleich. Pumpe? Das ist wieder... Pumpe. Munition! Jetzt noch einmal bergauf. Oh mein Gott. Gehen wir auf. Aufhören, Omi. Munition. Dann geht's los. Guck mal die Türschel dazu. Und der hat es passiert, oder? Na? Geh da rauf. 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 Oh mein Gott. Sie springen rauf. Geh da rauf. Geh da rauf. Geh da rauf. Oh mein Gott. Noch laut. Warum jetzt noch laut? Geh da rauf. Geh da rauf. Geh da rauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh da rauf. Doh. Geh da rauf Ja. Nein! Ja, oh! Oh, 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 oh! Fuck! Oh, oh, oh! Um... No! Uh... Woof! Das haben wir verkackt! Okay. Natürlich gehen wir jetzt noch einmal da auf hier. Jetzt gehen wir wieder hoch hier. Und jetzt... Drücken rum. Und... Sie schneiden zum ersten Mal. Gehen da ausi. Und gehen oben rum. Ähm... Wir rennen auf einmal weg. Ähm... Ich bin verantwortlich. Ja, ich bin auch verantwortlich. Ja, ich bin auch verantwortlich. Ich bin sehr froh, aber... Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ja, aber... Jetzt nicht. Ich bin sehr froh. Ich glaube sie hat ihre... Ach, ist es... Ich habe es geschafft. Das war jetzt... Ja, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ähm... Die Motor sehe ich mir dir gerne. Ich bin schon wieder. Ah, jetzt geht es mir nachher gut. Ich bin. Was ist meine Mission jetzt? Oh mein Gott. Willkommen in der Familie, Junge. Was? Für was? Ich hoffe, er verwarzt mich. Willkommen in der Familie, Junge. Er hat mir Rundschaft reingeschaltet. Cool. Ähm. Er ist eine schöne Familie, ziemlich abwechslungsreich. Daddy? Er ist stark. Wie zieht er? Er macht sich keine Gedanken, dass wir sterben. Nein, wir haben Pumperl gesund ausgeschaut. Okay. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Aua. Mit dem Daka. Ich bin gefesselt. Wieso mit dem Daka? Wo bin ich? Was zur Hölle? Auf der Nacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Ja. Wo sind sie alle? Wo ist Mia? Was ist das? Wie ist das? Es ist gut. Er fährt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Aua. 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 Nicht schon wieder, sagt er. Das passiert täglich. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her Junge. Hört jetzt komisch heute. Was ist das? Komm schon. Komm schon. Du bist, und nicht, und nicht. Er ist es nicht, Jack. Er ist es nicht. Halt verdammte Baule, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Was ist das? Du bist ein Mistkerl. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Misska. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Fett mal sein. Komm hier Junge her. Wie heißt das denn gerade in der Milieu auf, oder? Aua. Aua. Au. Au. Und noch einmal. Oh mein Gott. Verdammte Schweine. Ich komme jetzt wieder zurück. Die Oma schaut nicht mehr so gut aus. Äh... Ich würde gerne aufsteigen. Aua. Anscheinend gepfesselt. Hey, ich sag gar nicht rausgehen, da würde ich jetzt aber nicht hingehen. Aber was machen wir? Ich hab irgendwie nichts mehr. Irgendwie über eine coole Uhr kommt, bevor er sucht. Da können die Obi springen, aber es ist verschlossen. Da ist ein Kraut, kann irgendwie was Gutes machen dann. Da ist nichts drinnen, was ich brauche. Außer gehen tut man noch nicht. Hardware, Sägesail, Tierhalsband. Da war ein ziemlich teures Tierhalsband. Er hat 20 Tierhalsbänder eingekauft. Yay! Ich glaub da steht wer auf Bondage. Aber... Eben das ist eine... Pistolen-Munition. Heu-Pistolen. Munition ohne Pistolen ist halt... ...die Hälfte. Drei Männer auf Erkundungstur vermisst. Ja, das haben wir gesehen in diesem Video. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe. Drei Männer aufwendig zu machen. Und die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Duffley oder Dullway, ich weiß leider nicht, reisten. Und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, André Stickley und Clancy Chavis, wie auch immer man den ausspricht. Die drei Produzenten produzierten Videos für das Internet und wurden nach Dullway gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Position zu drehen. Ihr Videos behandelt hauptsächlich die Erkundung von der verlassenen Häuser und Spukhäusern. Ja, das ist ziemlich sicher. Spukhaus. Der unverhüllte Abgrund. Alles klar, schönes Buch. Würde ich mich in so einem schönen Gästehaus jeden Sonntag gönnen, aber... Was soll ich sagen? Ich hätte gerne eine Pistole, aber ich habe keine. Sie sind ziemlich zerbrechhaft. Gleich kann man sie mit etwas zerstören. Garage. Wie ist schon in die Garage? Gehen wir in die Garage. Es ist mit einem Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernen kann. Ja, gut. Vielleicht hat es mit der Hand nicht funktioniert, muss es ja. Das heißt, wir versuchen da mal auszubrechen. Irgendwie, I guess. Ich schaue mal kurz nach. Aus dem Haus fliehen, den Schlüssel für die Kellerklappe finden. Alles klar. Ja. Ich wäre schon aus dem Haus geflohen. Schon ein bisschen früh früher, aber... Das ist das erste Schöne, was ich in dem ganzen Spiel sehe. Oh mein Gott. Ähm... Reaching. Ach, dachtest du, du könntest dich vor den Essen davon scheuchen? Nein. Nein. Ey, was ist mein Plan jetzt? Äh... What? Er hat... Was ist mit ihm? Verdammter Mist. Ja, ich muss mich machen. Ich werde nur zu. Alter. Ich spüle... Ja! Junge! Oh mein Gott! Verschweckt ist deine Zeit! Ähm... Ich weiß echt nicht, wohin zu. Die Garage ist eher zu. Äh... Ähm... Aus dem Fenster. Hi! Äh... Ich habe ja Kapistolen. Oder habe ich eine? Irgendwo? Fuck. Kommt er jetzt wieder von rechts? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt er wieder raus hier? Äh... Nein, du Sackgasse! Fuck! Na... Fuck! Du bist jetzt Teil der Familie. Cool. Da ist er. Ich habe einen Schlüssel. Irgendwas habe ich. Ich habe einen Schlüssel. Wo kann ich den Schlüssel? Bei der Garage? Nein, wo war ein Schlüssel? Wie soll ich das jetzt? Fuck! Nein, ich bin so ripp. Unten ist kein Schlüssel gewesen. Nein! 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 Was soll ich machen? Hast du mich vermisst? Ich habe ihn nicht vermisst, ne? Aua... 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 Space blocken. Wie komme ich da vorbei? Äh... Lass mich vorbei! Handy hoch! Ja... Aua... Lass mich vorbei! Nein! Ich komme jetzt vorbei. Oh mein Gott, jetzt bin ich hin. Nein, noch nicht. Hey, wie war's bei den Schlüssel? War's der Schlüssel? Oh, ey. Der Schlüssel kommt so weit. Aua. Obwohl er Schlüssel braucht. Das weiß ich jetzt. Das weiß ich jetzt. Das weiß ich nur, wenn ich da nachdenken kann in Ruhe. Jeden Tag dieselbe Leier. Ah, da oben läuft's klein. Ich werde auf jeden Fall blocken. Da. Es gibt kein Schlüssel noch. Nein! Wie bist du mit... Aua. Der stuckt mich schon wieder. Das war's. Jetzt will ich Fotos schauen. Aua, jung mein. Weih, der das nicht. Lass mich mal reinhauen. Aus dem Haus fliegen. Ich bin ein alter Mann hier. Ich sehe ein Ding. Hey, das gibt's nicht mehr. Wo brauch ich den Schlüssel? Buh! Ich hab ihn noch nicht reingeschaut. Der schaut jetzt aber rein. Der schaut jetzt aber rein. Mit dem Schlüssel. Ich hab ihn noch nicht reingeschaut. Der schaut jetzt aber rein. Geht nicht da. Du musst es gut machen. Du bist ins falsche Haus gekommen, Junge. Was ist das aufmachen? Aufgehen. Aua. Aua. Ja, das war's dann mit mir. Ich hab meinen Fuß jetzt. Die Klappe ist auf. Wie kannst du dein Bein flicken? Wie geht das jetzt mal runter? Du schaffst das. Was? Die fliegt einfach nicht oben. Ähm. Nein. Vielleicht kann er sich wieder angebracht werden. Äh. Wir sind tot. Oh mein Gott. Wie? Hätt ich das machen sollen? Wie? 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 Wie?